Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu diesem neuen kurzen Info-Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute soll es mal um 6 kostenlose Items geben. Davor Leute, wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne mal auf den Abo-Button hauen. Danke für euren Support! Also gerne könnt ihr auch gerne mal reingeben. Ehrenmänner und Ehrenfreund, die das machen. Kuss geht raus. Ich hätte gesagt, Links zu dieser Webseite werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie mein Instagram, mein Twitter. Also hier, ich meine das hier. Mein Instagram, mein Twitter, YouTube. Also Discord ist verlinkt. Twitter, Instagram und Twitch. Aber ich hätte gesagt, Fackel, Lackel, Mackel, gehen nicht so lang drum herum. Und wir gehen rein into the video. Wie ihr das ja schon sehen könnt, gibt es neue Laternenprüfungsaufgaben. Seit gestern, ha, also seit gestern, den 20.04. gibt es Tag 1. Die Aufgabe lautet, ein Punkt für jede Eliminierung. Man musste gestern 35 Kills hinlegen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man eine von den Aufgaben gemacht hat, hat man diese Lackierung bekommen. Heute, an Tag 2, ist es für je 100 Schaden bei den Gegnern für größte Schaden. Also man muss 100 Schaden bei den Gegnern hinzufügen. Und man bekommt 1 Punkt. Das heißt, 1 Punkt, wenn ihr einem Gegner oder Schaden zufügt, ist es 1 Punkt. Versteht ihr was ich meine? Man muss es 100 Mal machen, so verstehe ich das. Es ist schon viel. Aber wenn ihr heute, also wenn ihr gestern die Aufgaben schon erreicht habt und fertig habt, dann habt ihr ja hier das Lackierung bekommen. Wenn ihr aber heute die Aufgaben auch noch macht, bekommt ihr korrekt, ähm, hier, bekommt ihr hier das Rücken. Das war's eigentlich schon hier mit dem Video. Lasst gerne, wie gesagt, eine Bewertung da. Und ich würde mich über ein neues Abo nehmen freuen. Und ja, das war's. Tschö mit Double Ö.